So, jetzt kommen die Superböller 2 von Panda. So, jetzt kommen wir zu den Superböller 2 von Panda und da muss ich sagen, die Dinger sind gottenschlecht. Schlechte Verarbeitung und der Knall, wie ihr gesehen habt, sauleise und der erste war ein Verbuffer und so wie es aussah, ist es auch die ganze Verpackung. Also der ganze Umkarton, da war über die Hälfte Verbuffer und das ist für 12,95 Euro eindeutiger Flop, also das braucht ihr euch überhaupt nicht zu kaufen. Deshalb steigt lieber auf andere Superböller um. So, das war es mit dem Fazit von den Superböller 2 von Panda. Bis zum nächsten Video und Tschüss. Bis zum nächsten Video.